Gute Nachrichten für alle, denen die Rapid-Geschichte am Herzen liegt. Das Rapid-Eum ist nämlich wieder da. Und zwar in Form einer iPad-App, die durch das bereits geräumte Vereinsmuseum im Hanapi-Stadion führt. Zahlreiche Erinnerungsstücke und stimmungsvolle Fotos warten nur darauf, entdeckt zu werden. Von den Anfängen über die größten Erfolge der Hütteldorfer, darunter die Hölle von Old Trafford, bis hin zu den beliebtesten Spielersäulen, wie etwa die von Bimbo Binder. Die iPad-App ist gratis im App-Store erhältlich. Ich bin guter Dinge, dass wenn dieses Angebot schön und groß angenommen wird, dass wir das auch für Android-Geräte modifizieren werden und auch entwickeln und anbieten. Und kann nur einladen, nutzt dieses Angebot, es zahlt sich aus.